hier ist wieder der taz michael von youtube und heute stelle ich euch mal ein baby nilpferd vor und hier haben wir ihnen den happy hippo nilpferd kopf natürlich schwimmend so schaut er aus den könnt ihr für knapp 10 schweizerische franken im süßü shop bestellen oder auf amazon mit kostenloser lieferung für 7 euro 90 beide links poste ich dann wieder im textfeld unter dem video einfach darauf klicken dann wird direkt weitergeleitet sollte einer der links nicht funktionieren könnte das gerne in kommentaren posten und so wird das schwimmende nilpferd geliefert und das werden wir jetzt mal befreien und so schaut es dann aus also die verarbeitung ist wirklich sehr gut da gibt es gar nicht zu bemängeln sieht man die augen schön die kleinen girlies so schaut dann von vorne aus so von hinten und hier hätten wir dann noch die unter seite dann setzen wir das nilpferd mal meinen teich rein schwimmt sehr gut geht auch nicht unter und man muss sich dann halt nur noch am besten irgendwo einen schönen platz aus und ich habe einen kleinen teich deswegen passt das eigentlich ganz gut am besten hier so in die ecke da hinten rein dann sieht das halt so aus als würde es auf der lauer liegen ja jetzt habe ich euch das mini nilpferd auch mal gezeigt okay ist ein bisschen klein könnte ein bisschen größer sein aber wie gesagt passt zu meinem teich der link steht im textfeld unter dem video wer interesse daran hat das war wieder der testmittel von youtube sage ich mal tschüss bis zunächst mal wenn ihr mich jetzt abonniert verpasst du kein weiteres video